Na hallo zusammen, hier ist wieder heute der Anfabsch, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3 Teile und dazu bin ich mal wieder im Naxxramas unterwegs und wir wollen wieder ein paar Marken raushauen, die Druckmittel des Todes heißen die. Und ja, da sind wir hier bei dem Lieblingsgoblin. Und diesmal werden wir den Gürtel gamblen. Denn insgesamt 40 Tokens geben wir, oder 120 Tokens geben wir aus für 40, ja, quasi T3 Tokens. Also die einen Tokens tauschen wir gegen die anderen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben, dass wir einmal einen T3 Gürtel drin haben, beziehungsweise halt so einen Base Token. Um die geht es ja. Ich bin tatsächlich die Aktuelle am Verkaufen, deswegen muss ich immer ein bisschen gucken, was ist günstig im AHA, was ist teuer und auf das gamble ich tatsächlich. Jut, jetzt gucken wir mal. 40 Stück haben wir, wunderbar. Und dann schauen wir mal, oder? Ja, doch, 40 haben wir. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Die Drop-Chance ist nämlich nicht ganz so hoch tatsächlich, ja. Heißt, man kriegt halt hier immer random was raus. Das sind alle möglichen BOE-Items im Classic-Bereich, ne. Also das kann alles sein von Dungeon-Loot, von irgendwelchen World-Quest-Sachen. Ne, World-Quest nicht, aber Open-World-Sachen, ne. Es gab keine World-Quest in Classic. Und da gibt es dann teilweise auch Items, die so auch einen gewissen Wert haben, ne. Halt einen T-Mock-Wert. Ob man die natürlich dann schnell verkauft, ist die andere Sache. Aber ab und an sind zwischendrin ein paar Juwelen drin, die zumindest potenziellen Wert haben. Und da muss man mal gucken. Erstes Ziel ist natürlich wie immer das T3-Teil. Und das zweite Ziel ist dann so, oh, zum Beispiel so ein Item zu kriegen, was 17k-Wert ist, ne. Mal schauen, vielleicht kriege ich es verkauft. Können wir hier mal schon mal ein bisschen durchgucken. Oh, da haben wir nochmal eins für 13. Hier noch 19. Oh, da haben wir jetzt aber schon ganz guten Stuff. Okay, das war es dann auch schon wieder, oder? Ja, das andere ist alles nix wert. Schade aber auch. So, die Hälfte haben wir jetzt aufgemacht. T3 ist noch nicht drin. Oh, da war ein episches, dachte ich mir gerade schon. Oh, ist es T3? Aber nein, es ist leider ein normal episches. Wahrscheinlich aus Malten Core, oder? Ja, das sind die, diese Gürtel. Ja, noch ein Malten Core-Item, die BOE sind. Und die sind halt zu tausenden Mal, ne. Also die droppen halbwegs okay. Und die ramschen halt alle Leute ins Auktionshaus. Die sind halt leider nix wert. Oh, der ist schon was wert, der epische Gürtel. Ein World Drop, sehr schön. Naja, tausend Gold, das können wir auch machen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch ein Token bekommen. Äh, uh, 200k, was ist denn das? Kaufen wir sich ja auch noch im Auktionshaus. Ah, here we go, da haben wir den T3-Gürtel. Sehr schön. Sehr schön. Dann muss ich den schon auch nicht mehr mal herkaufen. Dann spare ich mir nämlich einiges. Oh, das ist auch noch ein bisschen was wert. Ah ja, meine Quoten sind eigentlich ganz okay. Kann man nix sagen. Gut, dann verkaufen wir gleich schon mal den ganzen Ramsch, den wir nicht brauchen. Der kann dann schon mal weg. Und das restliche Zeug schmeiße ich dann ins AHA. Beziehungsweise die T3-Teile, die ich mir jetzt gambelt habe über die letzten Folgen, die kommen dann dementsprechend einfach auf andere Server. Und dann gucken wir mal, ob wir die da verkauft kriegen. Für die kleine Aufnahme soll es das jetzt gewesen sein. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Hey, chilla. Bis dahin. Ciao.